Wir sind hier im Pinkertal in der Weinidylle im Südburgenland. Das ist einer meiner Lieblingsplätze auch hier. Wir sind hier mitten in der Herde von der Krainer Steinschafe. Ein Produkt, das mir sehr ans Herz gewachsen ist. Wir arbeiten mit Alex seit 15 Jahren zusammen und sind eigentlich ständig bei uns auf der Karte. Er lässt ja älter werden, also wir kriegen das so mit acht, neun Monaten. Wir wachsen ganz langsam und es ist dann ein ganz besonderes Fleisch und Aromatik, was auch toll zu meiner Küche, zu meiner Philosophie, zu meiner Weine und zu dem ganzen Pass. Wir machen da unser berühmtes Lamm-Sugar draus mit bisschen orientalischen Gewürzen. Wir nehmen da Brennnessel, Petersilien von den Wiesen, machen wir unten halt diese Creme und dann ein bisschen Schaffrischkäse und das ist so ein bisschen ein Signaturtisch von mir die letzten sieben, acht Jahre, glaube ich. Wir nehmen ganz viele kleine Bio-Bauern, die das mit beliefern. Ich kann da aus dem vollen schöpfen und das ist ein richtiges Paradies für Köche und Gäste. Möbel 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 Möbel